Hallo Leute und Willkommen zu einem Video von mir, den Imperator Nils. Einer wollte unbedingt, dass ich es spiele, darum, ja, mach ich's mal. Die Freigabe ist ab 18 für die ganzen Memmen, die hier zugucken wollen. Für die, die meinen, sie halten das aus? Oh, ich wusste gar nicht, dass Gift mir über langsame Zeit Gesundheit abzieht. Das ist ja nicht so wie in jedem Magen. Springen. Genau, schlag ihn. Ja, tritt. Habt totgemacht. Da kommt Wodka aus seinem Gehirn raus. Nice. Dies ist ein dreiköpfiges Team. Was geht ab, Leute? Ich bin der Philipp. Und ich bin das Monster. Ja, also, ich spiele so dritte. Was geht ab? Das ist das gegnerische Team. Mann, ich will nicht wieder die Scheiße groß machen. Ching, chung, chung, ching, chung, ching. Was mache ich denn wieder hier? Oh Gott, nicht schon wieder. Ach, die lege ich alle flach. Fight. Oh, das ist das. Die Blut. Alte. Fuck, ja. Hinten, da soll Daten hingehen. In die Küche. Oh yeah. Das ist wie Fortnite, dass ich gewinne. Oh. Well done. Oh mein Gott. Da, 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 da. Fight. Das war's. Hast du grad die Überking gehauen? Ich kriegst aber Schläge von meinem Zweiten. So komm, lass mich ein Filchen, ich will ihn noch anerknallen. Exenficker 23 regelt. Oh, 5K-Coins. Durch gewonnene Kämpfe erhältst du Coins, benutze Coins, um mit dem Store Kartenpacks zu kaufen. Das Traurige ist, dass ich das so erhalten könnte, glaube ich. Der ist schlecht. Komm, gib mir die Messe, das Spiel. Nette Spielidee, nett umgesetzt und jetzt gibt's Schläge. Blöp! Bastard! Kleiner Ingel! Kombo, 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 Kombo! Dein Vater war wohl eine Mutter! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Guck mal, der Echsenficker ist voll, der macht nicht gut Schaden, ne? Fühlt sich scheiße, ne? Dich finish ich zum Frühstück! Dich finish ich zum Frühstück! Und wo zum Fick kommst du her? Wie er wie so ein Mädchen, einmal kurz, ah jetzt hat er zweimal geschlagen! die die verrecken die die wieso ein kleines mädchen einfach so einmal kurz so drauf und ich glaube den hier die rumbu kommen ach ich habe einfach drauf kriegst du hier rumbu kommen warum ist der wald eigentlich mädchen ich wusste genau dass du schlagen würdest nee sie geht so weg ja du kleiner warum ist der wald eigentlich so groß wollte ich sagen dass der extenficker ihr meint mich anzuschicken lass mich da ich habe gerade meinen ersten kämpfer getreten ok jetzt kriegst du aber ordentlich mit meiner 2 finger attacken Werkt's schon aus der Stärkung, oder? Kein Bock mehr. Darf ich nochmal jemanden finischen? Auftragsmodus. Mach mal den. Ich nehm Sushi. Den da. Den da. Nanananana. Und was gab's so? Blutsteinring. Langweilig. Ich mach jetzt mal die Bonuskarten rein. Wie kannst du Tränke einsetzen, um die Chance auf bessere Belohnung zu erhöhen? Die erste Tränke geht aufs Haus. Was? Ich möchte aber nicht, dass ihr aufs Haus geht. Ich würd sagen, das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.